Hallo zu diesem Video und das wird das Hinrunden-Fazit vom VfB Stuttgart werden, auch wenn natürlich noch zwei Spiele zu gehen sind. Wir schauen hier alles mal an, was so in der Hinrunde lief. Fokussiert aufs Sportliche, weil Thema Misslandtat und so weiter lief ja alles nebenher. Das sollen ja bald Entscheidungen folgen. Ich teile es so ein bisschen in drei Titel ein. Harte Fakten, verschönernde Daten und das Drumherum und am Ende natürlich noch das Fazit. Viel Spaß, gerne eure Meinungen in die Kommentare und lasst gerne das kostenlose Abo da rein da. Harte Fakten und hier schaue ich darauf, was am Ende des Tages einfach dasteht. Nach 15 Spieltagen steht man auf Platz 16 der Fußball-Bundesliga. Zwei Spiele stehen in der Hinrunde noch aus im Januar dann. Das ist zu Hause gegen Mainz und in der englischen Woche auswärts Hoffenheim. 15 Spiele, drei Siege, fünf Unentschieden, sieben Niederlagen, 14 Punkte sind es. 18 zu 27 Tore, damit minus neun im Torverhältnis. Hinter uns auf Platz 17 Bochum mit 13 Punkten und Schalke mit neun Punkten. Vorteil hier, wir haben beide noch ein deutlich schlechteres Torverhältnis, die unter uns. So gesehen kommt hier aktuell immer noch ein Punkt oben drauf, wegen dem Abstand einfach über uns. Herder BSC, punktgleich, auch sogar noch ein Punkt mehr. Und dann durchaus in Reichweite noch einige Klubs mit Köln 17 Punkte, Leverkusen und Hoffenheim haben 18 Punkte, Mainz 19 Punkte. Aber also, wie man hier auch sieht, Hoffenheim und Mainz, die letzten beiden Hinrundengegner von uns. Durchaus interessant. Heimtabelle steht Platz 11. 11 Punkte aus 8 Spielen. Das ist klassenhalztauglich, ganz anders aber auswärts. Platz 16 sind wir da, 3 Punkte aus 7 Spielen, kein Sieg. Und das wissen wir ja alle, nicht erst seit dieser Saison, sondern seit einem Jahr nicht. Kein Auswärtssieg im Kalenderjahr 2022 gesammelt. Und zu Hause, auch nicht zu vergessen, 29 Bundesliga-Heimspiele am Stück. Immer mindestens ein Gegentor kassiert, da man den bisherigen Bundesliga-Rekord auch dermaßen pulverisiert. Passend zu Platz 16 haben wir auch das drittschlechteste Torverhältnis mit minus neun. Schalke und Bochum noch schlechter. Wie gesagt, hinter uns Köln und Augsburg haben minus 8 Tore, vielleicht ist also nah dran. Und wir haben auch die drittwenigsten Tore geschossen und die viertmeisten kassiert. Das ist eben auch einfach am Ende des Tages Platz 16 würdig. Verschönernde Daten. Nun die Daten, die darstellen, dass wir in der Saison eigentlich besser waren. Also im Sinne von sportlicher Leistung, die sich aber eben nicht im Ertrag wiedergespiegelt hat. Soll auch irgendwo mein Gefühl bestätigen, dass halt schon durchaus in einigen Spielen mehr drin war. Gehen wir erstmal alle Spiele durch mit Bewertung, wo war mehr drin. Am Ende rechnen wir zusammen, was für eine Punktzahl dann so gesehen fair wäre aus meinem Kopf raus. Ganz logisch, ist da eine Fanbrille auf, ist ja ganz klar. Genauso eure Meinung auch dazu in den Kommentaren. Gehe ich kurz und knackig durch, sind da 15 Spiele, ist mal klarer und mal weniger. Der Punkt gegen Leipzig, durchaus glücklich, aber man hat gefeiert. Das passt für mich. In Bremen war definitiv ein Sieg drin. Last-Mill-Ausgleich 2 zu 2. Da könnte ich jetzt eben plus zwei Punkte gut schreiben, so gesehen. Aber der Fairness wegen dem RB-Spiel gebe ich hier plus einen Punkt. Danach Freiburg zu Hause, klassisch gegen Freiburg. Viele Chancen, aber trotzdem keine Punkte. Am Ende wäre aber zumindest einer verdient gewesen, meine ich. Also plus einen Punkt. Danach 0 zu 0 in Köln. Das ist wahrscheinlich das Spiel, was mich am meisten ärgert aus der gesamten Hinrunde oder den gesamten 15 Spielen bisher. Man war auswärts, war ja auch auswärts dabei. Man war deutlich besser, auch mit der roten Karte war man besser. Hier musste ein Sieg einfach her nach Chancen und allem. Also plus zwei Punkte mehr. 1-1 gegen Schalke passt. Das war eine der schlechtesten Saisonleistungen von uns. Punkt in Bayern passt für mich auch. Ist für mich definitiv verdient. Wir haben die Kimmich-Szene und so weiter. Das passt. Niederlage gegen Frankfurt auch verdient. Passt auch hier keine Punktänderung, keine Anpassung. Meinerseits in Wolfsburg war es definitiv nicht nötig und auch ziemlich unglücklich mit dem Last-Minute-Treffer. Will hier aber trotzdem, einfach weil Wolfsburg hätte mehr drin sein müssen, hätte es auch mehr geben müssen. In Wolfsburg will ich hier keinen Plus-Eins geben, quasi keinen Punkt mehr dazu rechnen. Denn diesen hole ich dann so oder so gegen Union. Das 0 zu 1 war nicht verdient. Werde hier nicht verlieren müssen, zu Hause nicht dürfen. Plus ein Punkt. Sieg gegen Bochum war nicht so souverän, wie es am Ende drauf steht mit 4 zu 1. Aber bei einem Plus-3-Tore-Sieg kann man hier auch keine Punkte abziehen und muss halt einfach trotzdem da auch von einem verdienten Sieg sprechen. Die Klatsche beim BVB war verdient. Sieg gegen Augsburg, Last-Minute, Wahnsinn gewesen. War aber über den Spielverlauf, gerade nach der Schlussphase mit ganzen Chancen, hoch verdient. Das passt. Gladbach, ja, Gladbach war, also Gladbach war nicht so gut. Wir haben halt auch nicht genug getan dafür, um irgendwie Punkte mitzunehmen. Also für mich passt die Niederlage dort. Gegen Hertha zu Hause ziehe ich tatsächlich Punkte ab. Vielleicht stimmen manche von euch da nicht zu. Ich mache es mal. Minus zwei Punkte. Weil ich glaube, im Unentschieden hätten wir da durchaus auch leben können. Also statt dem Sieg. Klar, 90 plus 8 war grandios. Die Stadion-Vlogs, das Video, alles. Das Erlebnis war grandios mal wieder. Dafür gehst du einfach auch ins Stadion. Dafür bist du halt einfach VfB für so verrückte Scheiße. Aber nach dem Spielverlauf, ich habe mich tatsächlich irgendwie mit dem Punkt abgefunden. Ich habe nicht mehr daran geglaubt. Gerade im Vergleich zum Augsburg-Spiel habe ich nicht mehr daran geglaubt. Das ist ein donneres Ding, fette Nachspielzeit. Deswegen Punkt wäre für mich auch jetzt in Nachbetracht immer noch okay, beziehungsweise fair gewesen. Also ziehe ich da Punkte ab. In Leverkusen hat man verdient verloren. Das grenzt teilweise über Zeiten an Arbeitsverweigerungen im Spiel. Damit sind wir bei plus 1, plus 1, plus 2, plus 1 und minus 2. Das macht aus 14 Punkten in meiner Rechnung 17 Punkte. Heißt, ich finde es eigentlich recht fair eingeschätzt von mir so. Wir machen keinen Riesensprung, aber 3 Punkte mehr wären drin gewesen. Heißt, am Ende des Tages ein Sieg mehr über die gesamte Hinrunde gesehen. Und der wäre für mich auch definitiv verdient gewesen in Summe. Mit 17 Punkten steht Köln aktuell auf Platz 13 und da könnte man jetzt auch stehen. Und nun schauen wir uns mal die richtigen Daten an quasi. Die Daten mit dem X davor, sage ich mal. Zu erwartende Tore, zu erwartende Gegentore und zu erwartende Punkte. Die kämen wir mittlerweile. Manche feiern es, manche feiern es ganz offensichtlich nicht. Aber ist einfach so. Es ist ein Teil und wird auch immer mehr ein Teil von Fußball werden. Statistiken, Daten und so weiter. Ich mag das. Also los geht's. Bei den zu erwartenden Toren haben wir mit 2,99, also 3 Toren unterperformt. Heißt, wir hätten nach Chancen etc. 3 Tore mehr schießen müssen. Also 21 statt 18. Jetzt nicht so ein Riesensprung. Bei den Gegentoren haben wir böse gesagt overperformt. Da haben wir minus 5,3 Tore stehen. Also haben wir über 5 Tore mehr kassiert, als eigentlich zu erwarten war und nötig war. Heißt, wir könnten auch nur bei 22 Gegentoren stehen, stehen aber bei 27. Jetzt wird's dann noch interessanter. Die zu erwartenden Punkte, eben nach Spielleistung und so weiter und so fort. Ich habe uns ja 3 Punkte mehr gegeben und diese Daten geben uns sogar das Doppelte. Die geben uns 6,05 Punkte mehr, hätten wir uns verdient, beziehungsweise müssten wir mehr auf dem Konto haben, laut eben diesen Statistiken, den Daten. Damit würden wir bei 20 Punkten stehen statt bei 14. Mit 20 Punkten wäre man aktuell auf Platz 10. Genau auf diesem Platz wären wir auch insgesamt in dieser X-Points-Tabelle von Understat. Interessant hier, wir haben am zweitmeisten unterperformt, nach Schalke, was die Punkte angeht. Auf Platz 17 wäre übrigens Augsburg und Juni wäre auf Platz 11, Bremen auf Platz 12. Es gäbe einige Veränderungen, logischerweise die Essenz daraus ist. Aber klar, mit den Leistungen, die wir gebracht haben und nach dem Spielverläufe und so weiter und Chancen, wären mehr Punkte drin gewesen in dieser Hinrunde, in diesen ersten 15 Spielen. Das bestätigt mich in dem Glauben, die wahre Tabelle gibt es ja auch noch, die gibt uns 2 Punkte mehr. Also würde ich sagen, 2, hier 6 Punkte, ich gebe uns 3 Punkte mehr. Habe ich einen ganz guten Mittelweg gefunden, tatsächlich verschönernd. Zum Schluss hier ist auch noch in dem Sinne, dass man ja wie gesagt mit Mainz und Hoffenheim zum Abschluss hin nur noch 2 quasi Tabellennachbarn hat und eben noch 6 Punkte zu holen sind in der Hinrunde. Drumherum, hier natürlich das Thema Missentat-Verlängerung, die große Verschieberei, Aufschieberei. Es war klar, dass es Thema wird. Im Sommer läuft ja der Vertrag aus, es gab eine chaotische PK mit Vorstellungen von Ghedira, Lahm und Gentner. Da war auch ganz offensichtlich Missentat nicht eingeweiht in den ganzen Spaß von Beginn an. Entschuldigung, da gab es dafür von Werles Seite und Gespräche mit Missentat bla bla bla. Verschiebung der Entscheidung auf November mit der Verlängerung in die WM-Pause für Ruhe. Hat glaube ich nicht so ganz funktioniert, das Thema Ruhe. Dann kam aber noch die Trainerfrage hinzu. Ich glaube, das war nicht so ganz eingeplant von denen, dass sie eben doch mal dazu freigestellt hatten. Nach fast drei Jahren, nach der 0-1 gegen Union. Ich glaube, die haben schon gehofft, dass sie in der WM einfach nur über Missentat entscheiden und den Trainer noch haben. Aber so ist es eben nun nicht. Wieder zu Entlastung von Matarazzo gibt es natürlich auch hier auf dem Kanal. Ich will hier nicht noch näher drauf eingehen. Ab dem 10. Oktober also die Suche auch nach Trainer. Die war nach außen kommunikativ auch nicht so prickelnd, würde ich mal behaupten. Es gab keinen neuen Trainer bisher. Man hat einfach die erste Wahl genommen, die immer offensichtlich ist. Einen Co-Trainer übernimmt nach dem 5-0 in Dortmund. Wo der Wimmer dann auch die Kurzzeitlösung quasi bis zur Winterpause, also bis jetzt. Auch hier folgt noch nach der Sportdirektorenentscheidung, folgt noch die Trainerentscheidung, wie es da weitergeht. Damit ist Sympathisat und Gesicht für den neuen Weg entlassen mit Rino. Ein weiterer Fanliebling mit Missentat ist wohl auch kurz davor raus zu sein. Und ich gehe mal davon aus, wenn er nicht verlängert, wäre es irgendwie komisch, wenn er auf der Basis, dass er im Sommer weg ist, auch bis Sommer noch weitermacht. Also ich glaube, wenn er tatsächlich nicht verlängert, ist er auch im Winter weg. Und damit wären eben alle drei Gesichter dieses neuen VfB weg. Hitzesberger hier der Dritte. Hat natürlich mit dem sportlichen, sich nicht einstellenden Erfolg zu tun, ist ganz klar. Aber auch drumherum haben eben auch Werle, Vogt und Co. absolut keine Punkte gesammelt. Was natürlich auch noch zu drumherum zählt, ist ja hier bisher nur bunziger gewesen, ist der DFB-Pokal. Da zwei Siege, Achtelfinale in Paderborn. Vielleicht geht da was, sind ja auch schon ein paar größere Vereine raus. Und ohne riesig darauf eingehen zu wollen, gerne das Missentat-Video gucken. Im Sommer Kalajic, Mangala und andere verloren. Man durfte wie immer viel einnehmen, wenig ausgeben. So konnte man den Kader mal wieder nicht wirklich weiterentwickeln. Es ging halt einfach nur darum, Ersatz zu finden. Das Fazit, man steht alles andere als geil da. Das ist ganz offensichtlich, das ist ganz klar. Es ist ein Auf und Ab. Man hat es nicht geschafft, Konstanz in die Leistungen zu bekommen. Muss man ehrlich sein, das schafft man schon seit anderthalb Jahren nicht mehr. Das ist mittlerweile VfB DNA geworden. Perfektes Beispiel hier ist eben diese Abfolge von Köln, Schalke, Bayern, Frankfurt. Diese vier Spiele. Starkes Spiel in Köln, auch in unserer Zahl leider nur einen Punkt mitgenommen. Dann zu Hause mit das schlechteste Saisonspiel gemacht. Gegen direkten Konkurrenten und aktuell unter uns Schalke 04. Starkes Spiel beim Bayern gemacht, verdient der Last-Minute-Punktgewinn in München. Und dann eben trotzdem noch vor der Länderspielpause da wieder ein Kackspiel zu Hause gegen Frankfurt und verloren. Am Ende noch überlebenswichtige direkte Duelle gewonnen zu Hause. Sechs-Punkte-Spiele gewonnen. Komplette Last-Minute-Eskalationen. Der Wahnsinn, das war wichtig. Muss man auch, wenn man hier anrechnet, dass das eben geklappt hat. Auch wenn man natürlich sagen kann, ja, war zu erwarten. Es sind ja Teams unter uns oder um uns herum, die muss man zu Hause schlagen. So einfach ist es aber halt eigentlich dann doch nicht. Auswärts komplett jämmerlich, muss man auch so sagen. Gleichzeitig auch jämmerlich das Bild, was wir eben nach außen abgeben. Mit dem Sportlichen, mit den Verschiebungen und dieser ganzen Unklarheit im Verein. Kurzer Vergleich hier zu den Saisons zuvor. 2021 die Aufstiegssaison. Nach 15 Spielen hat man 21 Punkte auf dem Konto. Das war Platz 10. Nach 17 Spielen waren 22 Punkte und auch Platz 10. Letzte Saison, besserer Vergleich, weil da lief es ja auch schlecht. In der ersten Saison lief es einfach euphorisch durch. Dann lief es gut. 15 Spiele waren es da auch. 17 Punkte und Platz 15. Und nach 17 Spielen waren es auch 17 Punkte und Platz 16. Letzte Saison haben wir auch schon als Zeugensaison beschrieben. Das war es ja auch zum Großteil. Und selbst hier stellt man eben im Direktvergleich noch schlechter ab. In der ersten 15 Spielen allerdings eben ein noch. Weil da standen nach 17 Spielen, wie gesagt, auch nur 17 Punkte. Wir haben aktuell 14 Punkte und sind ja noch zwei Spiele zu gehen, bis die Hinrunde durch ist nach 17 Spielen. Heißt, es sind sogar noch 20 Punkte drin in dieser Hinrunde. Zumindest die 17 will ich haben. Heimsieg gegen Mainz und dann mal gucken, was in Hoffenheim geht. Dann wären wir nämlich auch zumindest gleich auf mit der letzten Saison. Was natürlich auch alles andere als geil wäre. Weil wir müssen ja auch deswegen Heimsieg gegen Mainz und gucken in Hoffenheim. Wir müssen absolut über die Heimspiele kommen, wenn man sich ja bisher anguckt, wie wir auswärts und zu Hause spielen. Es ist logischerweise keine Hinrunde, mit der man zufrieden sein kann. Man hängt tief unten drin. Es ist eine akute Abstiegsgefahr. Die wird auch mit weiteren Abgängen noch schlimmer. Bei den Gerüchten um Sosa und so weiter gefährlich eben auch, dass Schalke und Bochum sich nicht aufgeben. Die Punkten da unten auch. Man hat in dem Sinne keine sicheren Absteiger. Man muss immer liefern, gerade in direkten Duellen auch. Gleichermaßen sind nach oben auch nicht viele Punkte. Also bis Platz gefühlt 12 oder sowas sind da alle irgendwo mit drin. Von Spieltag zu Spieltag werden es wilde Wandlungen geben in der Tabelle. Und eben diese direkten Duelle, diese 6-Punkte-Spiele hat man eben zuletzt gewonnen. Das ist wichtig und muss man so weiterführen. Man weiß, dass der Kader Potenzial hat. Die können abliefern, definitiv. Sie tun es aber eben nicht konstant. Und das ist eben über 34 Spieltage einfach scheiße. Und dann kommst du da unten auch nicht raus. Hast keine Befreiungsschläge, kein Nichts. Es wäre, wie vorhin gezeigt und gerechnet, deutlich mehr drin gewesen in dieser, ich sag mal, Fast-Hin-Runde. Und vielleicht wäre dann auch noch Rino da. Wer weiß. Wie es dann im Jahr 2023 und eben in der Rückrunde wird, ist auch jetzt nicht wirklich bewertbar. Weil dafür passiert noch zu viel, dass die Frage des Sportdirektoren posten und die Frage des Trainer posten. Dazu noch ein Transferfenster. Also das sind ziemlich alle Variablen noch offen, die eigentlich bestimmen, wie es in der Rückrunde weitergehen könnte sportlich. Es wird nicht langweiliger werden beim VfB. Mal gucken, wie es in den nächsten Tagen aussieht, wie es in den Entscheidungen fallen und so weiter. Werde natürlich dann auch darüber berichten, ganz klar. Wir haben die Qualität, um drin zu bleiben. Wie gesagt, aber eben nicht die Konstanz. Ich bin also so ein bisschen gemischt auf Gefühle, wenn es in diese Rückrunde geht. Schauen wir mal, wie es aussieht. Lasst mir gerne eure Meinung, eure Einschätzung zum Video und eben auch zu den ersten 15 Spielen des VfB in den Kommentaren da. Auch gerne die, die es noch nicht getan haben, kostenloses Abo ist immer da. Gerne draufklicken. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.